Im Vergleich zu herkömmlichen Teilereinigungsanlagen auf Basis von gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln reinigen Sie mit dem innovativen Tech Masters EcoPart Cleaner schon heute umweltbewusst unter modernen und optimalen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Durch die Verwendung von biologisch abbaubaren Tensiden und Mikroorganismen in der EcoFluid-Flüssigkeit reinigt der EcoPart Cleaner absolut lösungsmittelfrei. Die Tenside sorgen für eine wirkungsvolle Reinigung der verschmutzten Teile. Danach spalten die Mikroorganismen die in Form von Öl, Fetten und Partikeln in die Flüssigkeit gelangten umweltschädlichen Kohlenwasserstoffe in umweltfreundliche Bestandteile wie Wasserstoff und Kohlendioxid auf. Übriggebliebene mechanische Reste werden durch wiederverwendbare Industriefilter gereinigt und entfernt. Die Temperatur von 38 Grad Celsius optimiert zusätzlich die Reinigungsleistung und den biologischen Abbau der Fette und Öle. Die Zugabe eines einzigen EcoTabs alle vier bis sechs Wochen gewährleistet die Regeneration der Flüssigkeit und sorgt so für eine gleichbleibende und lang anhaltende Leistung. Eine Entsorgung der Flüssigkeit entfällt somit komplett und gewährleistet so eine hohe Wirtschaftlichkeit des EcoPart Cleaners. Herkömmliche lösungsmittelbasierende Teilereiniger wirken sich negativ auf Mensch und Umwelt aus. Sie sind schädlich, umweltgefährdend und oft brennbar. Ebenso verursachen sie große Mengen an Abfall und hohe Entsorgungskosten. Bei der Reinigung mit unserem EcoPart Cleaner werden keine umweltschädigenden Stoffe freigegeben. Somit fallen keine Kosten für Entsorgung an und die Umwelt wird aktiv entlastet. Da die EcoFluid-Flüssigkeit und EcoTabs absolut gefahrstoffkennzeichnungsfrei und nicht brennbar sind, befindet sich der Anwender bei der Benutzung des EcoPart Cleaners immer in einem optimalen und sicheren Arbeitsumfeld, welches keinerlei negative Auswirkungen auf dessen Gesundheit hat. Die besten Ergebnisse werden bei kohlenwasserstoffbasierten Stoffen wie zum Beispiel Ölen, Fetten, Partikeln, Schlick sowie Schneide- und Kühlmittel und ähnlichem erzielt. Die Handhabung und Bedienung des EcoPart Cleaners sind sehr einfach und bedienerfreundlich. Die Regelung der Temperatur erfolgt automatisch über die Steuerung des Gerätes. Das Gerät misst kontinuierlich die vorhandene Temperatur und regelt, wenn nötig, nach. Sie können zwischen drei verschiedenen Reinigungsfunktionen wählen. Die erste Funktion ist das Spülen. Hierbei wird die Reinigungsflüssigkeit über einen Gelenkhahn aus dem Gerät über das zu reinigende Teil gegeben. Mit dem Pinsel können Sie zusätzlich die Verschmutzungen an Ihrem Bauteil spinnend leicht entfernen. Mit der Kombination aus Pinsel und Spülen lassen sich die besten Reinigungsergebnisse erzielen. Mit der Einweichfunktion sind Sie in der Lage, stark verschmutzte Teile über einen längeren Zeitraum einzuweichen und somit die Verschmutzungen leichter zu entfernen. Dazu wird das zu reinigende Teil in den EcoPart Cleaner gelegt. Der Ablauf wird zugedreht und somit liegt das Teil im gefluteten Becken. Diese Funktion spart Ressourcen und Zeit. Mit dem EcoPart Cleaner sind Sie ebenfalls in der Lage, mobil zu arbeiten. Durch die integrierten Rollen lässt sich das Gerät zu jedem beliebigen Ort verschieben. Sie müssen schwere und verschmutzte Teile dann nicht mehr zum Gerät tragen, sondern fahren das Gerät einfach zu Ihrem Bauteil. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen lassen sich verschiedene Bürstenköpfe am Pinsel montieren. Die Bürstenköpfe lassen sich problemlos und schnell je nach Bedarf wechseln. So erhalten Sie immer ein optimales Reinigungsergebnis, speziell auf das zu reinigende Teil angepasst. Mit der Taste Boost wird die Temperatur von 38 Grad auf 42 Grad erwärmt. Hierdurch steigert sich die Reinigungsleistung um 50 Prozent. Der fest integrierte Deckel hilft Ihnen dabei, die Verdunstung des Reinigungsmittels zu minimieren und damit weitere Kosten zu sparen. Mit dem Eco-Modus lässt sich zusätzlich Energie einsparen. Dieser lässt sich bis zu einer Dauer von 48 Stunden zum Beispiel über das Wochenende aktivieren. Für schwerere oder viel größere Teile haben wir unseren Eco-Part Cleaner Inox entwickelt. Dieser besteht aus rostfreiem Edelstahl A2, ist dadurch sehr robust und ist mit verschiedenen Beckengrößen erhältlich. Dieser Reinigungstisch verfügt über eine Nutzlast von circa 130 Kilogramm oder bei Bedarf auch mehr und lässt sich sehr einfach über ein Fußpedal bedienen. Für optimale Kundenzufriedenheit und Service nutzen wir unser Servicemobil zusammen mit der Kompetenz unseres Servicetechnikers. Diese kommen auch jederzeit gerne zu Ihnen, um Sie mit allem zu versorgen, was Sie bezüglich des Eco-Part Cleaners benötigen. In dem Servicemobil sind ebenfalls Vorführungen bei Kunden vor Ort sowie die Einweisung von Mitarbeitern in das neue Arbeitsgerät möglich. Der Eco-Part Cleaner ist der innovative Teilereiniger. Er ist umweltfreundlich, schützt Mensch und Umwelt, erzielt beste Reinigungsergebnisse und das auf biologischer Basis. Keine Abfälle, keine gesundheitsgefährdenden Chemikalien und Lösungsmittel und damit keine Sorgen. Die Umwelt wird es Ihnen danken.